Hallo Leute, wir sind im Hegau. Ich weiß nicht, ob das meine Kamera einfängt. Da hinten die Alpen. Vielleicht kann man sie erahnen. Ich hoffe, ich kann es morgen früher besser aufnehmen. Also alleine schon deshalb. Hier ist der hohe Hebel. Da wollen wir nachher hoch. Eventuell da übernachten. Das müssen die hohen Stoffwellen sein. Der Hegau. Die Alpen. Unser erstes Gipfelkreuz heute. Donaubergland. Da hinten die Schwäbische Alb. Da geht es runter zum See. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ja, hier haben wir übernachtet. Die Sonne fällt noch. Hier mein neuer Stock. Ja, gut geschlafen. Ja, gut. 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 Die haben wir übernachtet. Gut. Gut. Geht mal weiter. Geil. Geil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und es ist richtig windig! Da kommt noch was heute? Wo sind wir? Wir sind richtig windig! Wir sind richtig windig! Wir sind richtig windig! Untertitelung des ZDF, 2020